Ne, dann motzt auch nicht rum. Ich motzt nicht rum, ich sage nur meine Meinung. So, auf zum zweiten Witzpick. Mit 47 Ballons. Wir haben übrigens alle Ballons auch. Verdeckt ist angekommen. Irgendwie fühlt der halt nicht ein, dass der behindert. Geht scheiß doch jetzt endlich an. Ist da ein bisschen warm oder so? Sau geil, wie wir einfach das Witzpick nicht beachten. Hö, links, rechts, schau. Hö, wer redet da mit mir? Boah, und es quietscht wieder alles bei mir. Und jetzt... Hier, hohe Konzentration wegen. Epic-Schwein. Geh sterben, du fährd, dampdest Dreh, Hex, Spiel. Jetzt schicke ich jetzt einen ganzen Kuh, Leute. Get ready. Go. In diesem Rennen bringen keinerlei Schusswaffen irgendwas, weil der Typ einfach nur ein ekelhafter Dreckscheater ist. Kein Mensch mag Cheater. Außer deine Mutti vielleicht, aber sonst niemand. Ganz einfach. Niemand mag Cheater außer deine Mutti. Ja, der fliegt einfach mal durch Strom durch, wisst ihr? Der hängengebliebene. Du, 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 du. Schutzschild brauchen wir jetzt ganz dringend, weil... Bam. Ja, und da, den Turbo, den kann man auch gerne immer mal wieder mitnehmen. Ich verschicke jetzt dieses schwule Herz an alle coolen Leute und leider kommt, wobei das geil geht. Oh, boah. Alter, 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 alter. Die werden morgen alle zugespampt, wenn sie online kommen. Oder, ey, ich raste aus, wenn du mich jetzt damit voll spammst, dann raste ich aber wirklich aus. Nein, sie hat doch schon bekommen. Ach so. Ja, ich bin grad nicht in der Lage, irgendwie nach Nachrichten zu schauen, Ding, sorry. Du, 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 du. Denn ich bin der Herr Meister hier drin. La, 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 la. Boah, du kranken, ey. Warte. Boah, wie nah ist denn der schon wieder hinter mir? Boah, du kranker, ey. Ey, wenn der mich jetzt wieder in der letzten Runde wieder überholt, dann bekomme ich ehrlich einen Ausraster. Ja, dann kann mich das Dreckspieler immer gehörig am Arsch riechen. Und, wem hab ich den ganzen Scheiß jetzt eigentlich geschickt? Ich hab keine Ahnung. Und, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Halt die Klappe, ich hab gewonnen. Ja, schön für dich. Ich verschicke nicht die ganze Nachricht, sondern ich verschicke nur dieses Herz. Dann werden morgen erst mal Fragen auskommen. Du bist am Ausrasten gewesen oder so. Genauso wie das Schwein. Das ist jetzt erst mal voll... Voller. Am Ausrasten verschicke den ganzen Krab. Ja, aber richtig. Und verschicke noch und das. Ja, und jetzt wird das Schwein mit seiner Atombombe explodieren. Hoffentlich gescheit. Weil sonst raste ich gehörig aus. Gehörig ausrasten, geht das nicht? Ja, das geht. Geht alles. Beim Kotting geht sowieso alle. Ach nee. Ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, ding. So, und jetzt genießen wir nur noch Cutscene, Leute, weil... Ich hab hier nichts mehr rumzuspielen. Ach, hast du hier Witzpickel geschafft? Ja, ja, schon nach nem zweiten Versuch. Ja, und jetzt feiern wir ne richtig geile Party! Und aus dem Schweinskopf ist jetzt der Taliban-Elefantkopf geworden, weil... Der beansprucht natürlich alles nach dem... So ansprucht ging er auch, er hat nix gemacht. Im Gegenteil, der hat ihn den ganzen Scheiß doch erschwert. Ach nee, und dann beansprucht er einfach diese fucking Insel für sich. Ja, ne? Wenn er dann einfach sagt so, du hast die Arbeit, ich darf von mir. Ja, ganz genau. Hier sehen wir Pipsi und hier unseren ersten Endboss mit seinen zwei Kindern oder whatever. Mit seinen zwei Kindern? Ja, äh, der erste Endboss, dieser Dino, der hat zwei kleine Kinder. Drumstack! Hier, da vorne ist das Drecks Walross. Dummer Arschloch Walross. Ich hasse das Vieh. Hopp, verpiss dich! So, und da ist der Drache, der Cheater-Drache mit Timber auf dem Rücken. Nur die Krake sehen wir leider nicht, keine Ahnung wieso. Die ist arbeiten gegangen. Die Krake ist arbeiten gegangen. Da gibt's kein, gibt's kein Wasser, wo die in der Nähe rumstehen kann. Doch, aber mal überall. Feiern die Endbosse, feiern die Endbosse mit? Ja. Zumindest die ersten drei Endbosse. Ach nee, die erschweren uns die ganze Drecksarbeit, dann feiern sie zum Beschluss selber mit. Ja, ne, dann denken sie sich auch, wenn sie den Scheiß sowieso geschnappt haben... Oh mein Gott, wir sehen ein Raumschiff. Ein Raumschiff. Ist da Witzpick drin? Ich hör nur ein... So ein... Credits. Kannst du mir was sagen über Witzpickl, was du willst, aber der ist doch auch nicht zufrieden mit sich und seiner Welt. Ist er auch nicht. Der soll arbeiten gehen. Sonst würde er so ein Scheiß doch gar nicht abfabrizieren, den er da auch immer fabriziert. Ach nee, wer kommt eigentlich auf die Idee, in einer Overworld vier Welten einzubauen und jede Welt hat nun mal vier Strecken? Einfach nur Rennstrecken. Nintendo-Logik. Das ist Nintendo-Logik. Weißt du, die verdienen anscheinend ihr Geld oder whatever durch Rennen fahren. Alle. Alle miteinander. Ist auch los. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Und, ist mein Telefon wieder aus? Nee, noch nicht. Nüt. Knarzt. Und wir genießen noch einmal die verdammten Credits. Und jetzt mache ich Spätestens jetzt sollten die Leute abgeschaltet haben Ja Oder nicht mehr in der Lage sein In irgendeiner Weise etwas zuhören Die Frage denn hier zuzuhören Oder mir Boah, aber jetzt mal im Ernst Das sind keine Ahnung 6, 5, 5, 6 Parts Die ich jetzt gemacht habe Ich weiß nicht, du machst auch halbe Stunde Parts Nee, ich habe mich jetzt umentschieden Ich mache so entweder 15 oder ich mache so 20 Minuten Ich gehe jetzt mal einfach von halbe Stunde aus Glaub mir, beim Aufnehmen kommt halt ein länger vor Als es eigentlich ist Das war jetzt vielleicht 3 Parts To be continued Ja doch, to be continued Nein Nein Ich mache nicht das zweite Abenteuer Spiegelverkehrte wollten wir ja together machen, ne? Was? Spiegelverkehrte Welt wollen wir beide ja together machen Ja kannst du ja Danke, dass du irgendwelche Sachen jetzt erfindest, wo ich mich nicht rausreden kann Alter, das hast du selber noch vom Fahrguter, ne? Das können wir ja machen Wenn irgendwann mal Internet und alles mal klappt Führen together Wenn du hier bist, haben wir das abgesprochen Oder so Ich bin in Bayern rum, ey Ja, ich wohne, ne? Ja, in Bayern Ich bin in Bayern Schau, nein Und oben links sieht man die Fraps-Zahlen Und das ist mir ganz egal Doch Doch Schau dir meine Parts an, da sieht man die ganzen Zahlen immer Das ist mir scheißegal Da ist eh Oben drüber ist da eh mein Wasserzeichen Keine Sau achtet da drauf eigentlich auf die Fraps-Zahlen Nur so einer wie der TT-Gamer Und das soll man nix sagen Hier, der benutzt Safe-States Ja, hat er auch Bei der zweiten Krake Das ist so eine Pommes Du weißt, wir haben dich lieber Manchmal bist du ein Vogel Ne, ne, eine Pommes So, Leute Wir haben Diddy Oder besser gesagt Ich habe Diddy Kong Racing Hiermit Jetzt hier das erste Adventure Komplett durchgemacht Abonnenten mussten auch viel durchhalten Um dieses Projekt Und die Abonnenten mussten natürlich auch eine Menge durchhalten Ähm, ja Bevor uns hier irgendwelches Video-Zeug nervt Ähm, ja Was kann ich zu dem Spiel sagen Ist Ja, es ist einfach nur Oberaffen-Titten geil Ganz einfach Was Soundtrack angeht Ist es Top, würde ich sagen Von der Steuerung ist es auch geil Da hat jeder Charakter seinen individuellen Touch Individuell Ja, du musst es sich jetzt lernen Um dieses Wort vernünftig auszusprechen Gotti Hm? Wie lange du üben musstest Um dieses Wort jetzt auszusprechen Cause every time we touch I get this feeling Ja Und ich höre jetzt auf zu singen Und verabschiede mich hiermit Euer Cotelio56 Und Euer Wushes Gamer Der euch Frohe Weihnachten Wushes Und ich hier natürlich auch hier Und schon mal guten Rutsch Und Sauft nicht zu viel Und esst ordentlich was Und ich wünsche euch eine tolle Bescherung Es wird auch euer Jahr Und ja Bis zu den nächsten Projekten Bis dahin Äh Hä? Tschüss, habe ich gesagt Oh, habe ich nicht gehört Tschüss Tschüss, Leute Zui, nur, nur, nur,nur, nur, nur, nur None, nur, 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 nur